Fett! Bummis Agentur für Arbeit. Geht laut. Was die Lutscher nicht heutzutage für einen Menschen machen? Tja. Sie gehen mal hin und lassen einen in der Gosse verletten. Genauso sieht's aus. Deutschland. Katalog. Was ist denn das? Tja. Dafür habe ich mich noch nie interessiert. Schreib sie dir alle. Die Geschichten vom kleinen Gaylor Pikachu. Alter, das ist ja echt der Hit. Ja, darüber wird erzählt, wie die kleinen Gaylords vom Pokémon sich gegenseitig interessieren. Was auch immer das gerade bedeutet. So Glumanda und so fickt Shiggy ins Arschloch und sowas. Und Shiggy spritzt da mit seinen Wasserschläuen. Voll durch. Blut. Habe ich mir schon immer gewünscht. PC-Games. Mit Sonderbeilage. Rohstoffe. das ist eine offizielle deutschland karte die behinderte die himmelsbrecher ja auch so was gibt es in deutschland was eiskron zitadelle was haben wir hier geil das schattengewölbe noch eins schlussplädoyer irgendwas wer sagt irgendwas zum schluss keine ahnung das war meine lustige bücherstunde die bücherstunde mit pascal nordmann und fossi dem kameramann schaltet ein in die neuen folgen